Was sind wir jetzt? Gute Frage, habe ich schon lange noch mal gefunden und wundert bei dir alle gewohnt. Na, tschüss! Ich habe mein Freund fahren das Wochenende nach Wien. Ich war jetzt bereits zwei Tage in Wien, weil ich beruflich dort war. Ich habe für meine Firma ein Messer aufgebaut und habe eine Standleitung gemacht. Und dadurch, dass ich am Sonntag noch mal Standleitung mache, habe ich mein Freund gesagt, wir fahren Samstag nach Wien und machen eine sehr schöne Wochenende dort. Und genau, dann habe ich mir gedacht, ich nehme mich jetzt einfach mit. Ich habe jetzt bereits den Koffer ausgepackt und hinter mir ist mein Geschichtspieler zum Ausfahren. Und ich nehme mich jetzt einfach ein bisschen mit, wie ich meine Ordnung in die Wohnung bringe. Und genau. Und wünsche euch viel Spaß, wie ich jetzt meine Wohnung zusammen ran und dann nach Wien fahre. Und ich bin nach Wien miteinander. Keine Ahnung. Ich habe das schon zu lange nicht mehr gemacht. Ich fange einfach an und schiebe alles. Tschüss! Musik Musik Wir fangen jetzt dazu an Schliess, was ich an Wäsche wasche. Ich werde jetzt mal schauen, was überhaupt das Wetter ist in Wien. Weil wenn es recht hässlich ist, das Wetter, dann nehme ich glaube ich eher einen Pullover mit und halt lange Sachen. Aber wenn es so frühlinghaft ist, in Wien ist es nämlich schon richtig schön. Also es bringt schon alles mit Tawin, wie es die nächsten Tage sein wird. Weil eben auch mein Freund sagen muss, okay pack bitte so und so. Den will ich mir eh den Großen an. Also den, den ich vorher gesehen habe. Einfach, weil es bequemer ist. Aber wir gucken mal. Aber ja, mit dem Großen ist es einfach bequemer. Und er nimmt den nämlich Sonntag in der Früh dann mit heim. Und dann habe ich nämlich, wann ich von der Messe heim fahre, nochmal meinen Rucksack mit meinem Laptop und ein paar Infos über die Messe halt. Und dann geht es eigentlich wieder heim. Musik 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 Ah, schau dir auch. Der passt dir voll zu dir. Musik Das ist schon schön, es muss ich es gerne tun. Musik 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 Musik